Dann muss das aber auch weg hier, das ist sonst albern. So, das geht allerdings. Und zwar hier oben drauf soll jetzt wahrscheinlich spontan einfach irgendwas passieren. Das ist die Höhe, das kann glaube ich noch alles einen höher. Auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben ist, ich fälle runter. Das war der Sprung schlechthin. Genau so war das geplant, oder ich mache das hier zwischendurch tatsächlich schon. Dass es doch gar nicht so hoch wird, aber ich glaube ich hier oben kommt es hin. Warte. So. So. Da komme ich nicht hin. Ich versuche einfach mal ein bisschen was anderes zu machen hier. Nicht die gewohnten Bauformen, die ich jetzt sonst immer habe. Wahrscheinlich wird es immer, also wahrscheinlich wird es trotzdem noch so wie immer sein oder recht ähnlich sein. Hier könnte ich auch mit den anderen Teilen was machen. Aber so ein bisschen Abwechslung, dass man hier auch mal irgendwelche Sachen, irgendwelche Teile hat, die halt kein Dach zum Beispiel haben. Die keine Wände haben, dass es keine richtigen Häuser sind. Dass es einfach ein bisschen Zierzeug ist. Dass man ein bisschen Zierzeug zeigen kann. Und zwar Zützliges Zierzeug zeigen. Zönen. Zere Zöhn. Zerzöhn sogar. So. Und da drauf muss noch ein schönes Zachmuster. Und das Zöne Zachmuster Zerzöhn zu Zem Zierzeug Zast. Ihr versteht, was ich sagen möchte. Es lebe das Zett. Und da drauf kann jetzt gezettet werden. Fichtenholz. Fichtenholz nur? Vielleicht. Warte mal, man kann jetzt hier, das ist, ui, das war knapp. Ungerade, eine gerade Zahl ist das hier. Wenn man das jetzt hier ein wenig so macht mit den Teilen. Das sind jetzt hier die falschen Leiter. Das ist jetzt auch das Fichtenholz. Das ist das Zichtenholz, meine ich. Das ist hier das rötliche Gezuppel. Oh, das war falsch. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt, was ich hier mache. Weil ich weiß überhaupt nicht, ob das hier stimmt, was ich hier mache. Oh. Also epische Sprünge sind auf jeden Fall mein Ding. Episch im Sinne von ein epischer Facepalm, der dabei entsteht. Das sieht total bockig aus hier. Das ist, das ist, das ist, meh. Das ist Mist. Das ist echt Mist. Äh, vor allem, der falsche Mist. Lalalala, 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 lalalala. Oh. Äh, zack. Ich muss es nochmal weg machen. Hier, da kommt da nochmal Erde hin, damit sich das Grass hier rüber wachsen kann. Was kann man da drauf machen? Wahrscheinlich, indem ich mit diesen Steinen hier einmal da außen drum herum buxiere. Wäre vielleicht cooler. So, ich sollte mir hier eine Treppe anfertigen, die ich auch öfter benutzen kann als einmal. Ein Gerüst. So, das geht so schnell. Dass man sowas, ne, das ist falsch. Dass man sowas hier macht. Dass es einen höher ist. Vielleicht die Außenkante kann sogar wegbleiben. Hier das ganz Außen. Dass man vielleicht noch ein bisschen das, was man da unten hat, nochmal hier einfängt. So leicht fliegendes Dach, wenn man es das so nennen will. Oder was heißt fliegendes Dach? Aber halt, ne, so ein bisschen steinern. Hier darf nichts Holziges drauf sein, glaube ich. Das sehe nicht aus. Oder man macht es vielleicht... Das ist ja auch gar nicht so schlecht, ne? Wenn man das hier rüber macht. So. Das ist doch so eine kleine Anlehnung, an den Landeplatz, die unten ist. Nein! Ui, ui, ui. Noch bekommen. So. Ich habe keine Teile mehr davon. Oh. Ähm. So. Und. So. Glaube ich. Doch, das gefällt mir. Das kann man so leicht kuppelartig dann vielleicht hier machen. Oder soll das doch hier rüber? Ich weiß es doch auch nicht. Schauen wir einfach mal, was da dabei rauskommt bei... Ich werde ein paar neue von den Teilen holen. Ich hoffe mal, ich habe da noch ein paar. Ansonsten muss ich leider ein paar herstellen. Ist aber kein Problem, denke ich. Hier die ganzen Wege. Man könnte das hier auch alles nochmal aus Cobblestone machen. Sehe vielleicht cooler aus. Auch hier nochmal, das sieht ein bisschen einheitlicher aus. Ich meine, klar, es sind Sachen, die man da später reingebaut hat. Es unterstreicht die natürlichen Gange der Dinge hier. Aber man weiß sie nie. Es ist total falsch. Ich habe noch ein paar. Ich lege mich erst mal schlafen. Und diese Aufnahme wird gerade deutlich viel länger, als ich eigentlich wollte. Ich wollte es... Ich nehme schon... So lange nehme ich eigentlich noch überhaupt nicht auf. Aber lang genug. Eigentlich halt, wie gesagt, länger, als ich wollte. Aber es klappt da oben gerade so gut. Ich finde, das geht gerade gut. Es sind keine filigranen Arbeiten, die da gerade passieren. Aber es gibt Fortschritt. Und das ist auch mal viel wert. Und ich bin gespannt, wie es alles von unten aussieht. Ich baue jetzt quasi genau im gegenteiligen Stil, wie ich vorher auch gemacht habe. Also wie ich vorher halt gemacht habe. Dass ich halt nicht so viel Feinkram bastle, sondern hier grobe Strukturen. Und man sieht, es verändert sich was. Vor allem schneller, als wenn man so ein Gebilde baut. Das hat ja hunderte Folgen gedauert. Oder was heißt hunderte, aber halt eine ganze Menge Folgen. Ich mache es mal doch hier so nach außen. So. Und zwischendurch muss dann auch mal was anderes sein hier. Vielleicht, wenn man die äußeren hier durch Glowstones ersetzt. Oder durch Feuer. Ja, dass man, wie da hinten auch, dass man da Neta Bricks hat. Oder Neta hier Gestein. Einfach das zündet man dann einfach an. Weil wahrscheinlich dann das Holz hier abbören würde. Das hätte dann auf einmal keine Lust mehr. Aber es wäre eine Idee. Kann man die hier auch vollständig machen. Dann sieht das von unten auch besser aus. Und hier könnte man so eine kleine Kuppel reinbasteln theoretisch. Oder man macht hier noch eine Runde irgendwelchen Killefitt hin. So was. Noch so ein kleines... Noch so einen kleinen Aufbau hier. Das wäre vielleicht auch was. So. Dann auch noch mal hier oben. Ja, kann man so machen. Oh, falsch. Nö. Ich glaube, das sieht ganz gut aus dann. Ich hoffe es sehr. Und es reicht genau hier gerade von den Teilen. Das finde ich sehr gut. Und irgendein Skelett ist hier in der Gegend unterwegs. Man hört es klappern. Wie sonst was. Und dazwischen kommen dann... Was kommt denn noch mal hin? Ich habe halt keine Zäune mehr. Ich könnte Zäune machen. Angenommen, man macht hier dann Zäune hin. Ist die Frage, sehe das denn aus? Ist überhaupt die Frage, wie sieht das eigentlich aus? Ja, das kann man wohl machen. Mehr findet auch das Schaf. Man könnte hier in der Mitte das auch noch hochziehen. Genau so. Ich glaube, das geht dann. Dann kann man das hier ein bisschen schöner gestalten. Ein wenig kuppeliger. Dann haben wir nämlich das Gebäude hier verkuppelt. Wahrscheinlich mit sich selber oder mit irgendein paar Steinen. Und hier ist das mit den Zäunen an sich nett. Aber die Dinger außenrum, die stören gerade. Hatte ich so den Eindruck. Oder wie sieht es denn jetzt aus damit? Ich mache noch mal ein paar Zäune. Man weiß ja nie. Und dann lassen wir es einfach mal aus der Distanz auf uns wirken. Wahrscheinlich ist das alles viel zu albern da gerade. Zu viel Friemelkram schon wieder. Und die Geräusche sind gerade sehr seltsam. Ich hoffe mal, mich fällt nichts von hinten an. Es kommt mir gerade so vor, aber warum sollte mich was anfallen? Das wäre jetzt toll, wenn hier hinter mir irgendjemand stehen würde. Also toll im Sinne von, ich würde mich erschrecken. Wahrscheinlich sehr. Das sieht noch ein bisschen seltsam aus, das ganze Gebilde. Bin ich mir recht sicher? Das hat nichts von seltsamem Tier. Was macht man denn da? Ich meine, es ist zwar nett, aber es ist jetzt auch nicht so das Highlight, muss ich gerade mal sagen. Es muss gerade mal noch ein bisschen höher hier werden. Oder was heißt höher? Vielleicht muss es auch gar nicht höher werden. Vielleicht muss da gar nichts drauf. Das kann ja auch sein, dass es ohne den Aufbau hier oben noch viel besser aussieht. Und wo ist dieses olle Skelett? Ist es hier wahrscheinlich drinnen? Ja, es ist da drinnen. Hallo. Zack, zack, ausgeleuchtet. Sonst passiert das nur nochmal. Und da habe ich keine Lust drauf, dass hier immer ständiges Rumgeklapper ist. Das sind die falschen Steine, aber es macht nichts. Sieht das so besser aus? Ich glaube schon. Kann ich aber auch hier einfach an der Seite so was machen. Vielleicht hilft das ja. So was. Tada. Wäre es doch, oder? Hier in der Mitte ist man wieder frei. Ich lasse es da mal frei. Das sieht seltsam aus. Mit den Penöbeln an der Seite. Ich finde sowieso, das sieht seltsam aus. Es gibt Sachen, die haben ein wenig, ich weiß nicht genau, die liegen mir nicht ganz so gut. Manchmal schon, aber manche Sachen brauchen halt erstmal eine ganze Weile, bis sie gut werden. falls überhaupt. Ich glaube, solche Geschichten hier hören damit zu. Ja, sieht jetzt halt unspektakulär aus, ne? Ja, komm, ich lasse es erstmal so. Vielleicht fällt uns da später noch was zu ein. Wahrscheinlich haben wir später keine Lust, uns damit zu beschäftigen. Aber es kann ja sein. Oder dass man die Teile nochmal weg macht hier. Sieht zwar wahrscheinlich genauso seltsam aus. Oder noch seltsamer. Ja, ich glaube diese, ich glaube, ich habe ja schon mal versucht, solch ein Gebild hier zu basteln. Und zwar in der Form, dass es dann die nächsten 400 Folgen einfach wild in der Gegend herumstand und überhaupt keine Beachtung gefunden hat. Deswegen, ich lasse es einfach mal so stehen und wir beachten, dass die nächsten 300 Folgen überhaupt nicht mehr. Und dann ist auch gut. Relativ einfach gelöstes Problem. Ich meine, es hat ein bisschen was stehen, aber es ist nichts, nichts Wertvolles. Man hat dafür diesen Rundgang, diesen Bogen. Es sieht irgendwie ein bisschen vollständiger aus. Sieht doch eigentlich ganz nett aus jetzt. Und irgendjemand stirbt da. Oder irgendjemand stöhnt. Jetzt kann man halt hier auch noch ein bisschen fortsetzen. Hier noch weitere Steine rum, dass man diesen ganzen Berg ein wenig besiedelter hält. Ich gucke noch mal, wie es von der Außenseite da aussieht. Dass man da noch ein kleines bisschen mehr noch ranfriemeln kann. Ein paar Teile mehr noch ran. Im Moment ist es sehr seltsam. Ist echt seltsam gerade. Weil das hier so, das sieht so abgehackt aus. Eigentlich müsste überall hier noch so eine Runde von den Teilen hin. So. Na wohl. Irgend so was in der Art hier. Boah, das sind ja jetzt die anderen Steine. Naja, es soll wohl gehen mit den Teilen. Da auch. Und dann hier rum fühlt sich das dann meinetwegen Ja, gut, hier ist es okay. Ich gehe mal nach unten. Hier ist noch so viel Platz, der, der bebaut werden könnte. Mit irgendwelchen Zeug. Ich meine Platz, äh, in Minecraft gibt es immer Platz. Man muss halt nur dazu kommen, irgendwelche Sachen zu machen. Man kann halt nicht überall bauen. Komme ich da rum? Ja. Ja, ne, wenn man mal schaut hier, von unserem unfassbar exotischen Teichgebilde hier, das ist schon ganz nett. Ich meine, es hat sich nicht viel verändert, aber da ist ein bisschen mehr noch. Es sieht ein wenig vollständiger aus. Es, es hört nicht da auf einmal abrupt ab, äh, auf. Ja, ist doch nett. Joa, kann ich mit leben. Denke ich. Das heißt, wir schauen uns jetzt das Ganze auch nochmal von da hinten aus an, aus, aus Dschungelrichtung, weil wir ja das andere Haus da auch gebaut haben. Haben wir auch noch überhaupt nicht richtig geschaut, wie das eigentlich aussieht dann. Das muss ich noch eben schnell machen. Und dann ist auch wieder gut für heute. Ich habe den Eindruck irgendwie, ja, habe ich ziemlich viel, äh, äh, Unsinn erzählt in der Aufnahme oder halt ziemlich viel verschiedenes Zeug. Relativ zusammenhangslos und relativ viel schnell irgendwelche Sachen gebaut, wie es eigentlich sonst nicht meine Art ist. Aber zwischendurch dann irgendwie auch doch. Ach, guck mal, das sieht doch gut aus mit dem Haus da. Das gefällt mir, bis auf den Block, der da unten noch ist. Aber sonst, es sieht von hier aus echt cool aus, muss ich sagen. Da unten, kann halt noch deutlich was hin, aber ich weiß nicht genau. Auch da hinten noch mit dem Teil. Es ist schon cool, muss ich sagen. Bei dem Haus fehlt noch Verzierung. So ein bisschen hier und da was. Aber gefällt mir. Na, Bild! Ja, schöne Sache. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Ich bleibe hier einfach mal stehen. Wahrscheinlich bereue ich das in der nächsten Folge, weil ich dann wahllos sterben werde, weil hier plötzlich Nacht wird. Aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal hier bei Minecraft bei mir und mal gucken, was noch alles passieren wird. Tschüss!